Alles drin? Ich glaube, bei mir ist alles drin. Denkst du, dass das wieder leicht zu finden ist? Ich denke ja. Es ist ja wie bei allen größeren Wettcampen. Es ist ja sehr wichtig, dass die Leute, wenn die Ordner, die jetzt arbeiten, dass sie nur mal dafür sorgen, dass da nichts auf dem Boden liegt. Und dann findet man das schon gut. Ich denke mir das schon gut, wenn du hier reinkommst, dich beeilen. Was ist deine Zeit jetzt? Was siehst du? Was ich machen will? Es ist schwer zu sagen, weil ich lange raus bin. Aber ich würde schon gerne auf die erste Liste der Ergebnisliste und den Abstand zu den sogenannten Profis möglichst gering halten. Du machst das also für Spaß oder was? Ich habe das mal relativ viel gemacht. Bis 2002. Nicht professionell, aber so mehr oder weniger Bundesliga gemacht. Ich habe auf Frankfurt gemacht, in Rot. Ich habe dann aber beruflich aufgehört und letztes Jahr ist wir so ein bisschen angefangen. Aber der Spaß ist da und ich denke die Form ist auch nicht so schlecht. Das Laufen ist ein bisschen schwierig, manchmal aber. Hartfang geht schon. Ja, viel Spaß schon mal. Okay. Danke. 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 den